Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie wir schon im Titel gelesen haben. Gibt es heute einen Pferdekarp und zwar auf Mandy Amber Bruin Account und zwar Lina. Hi. Hallo. Hallo. Ähm, ja. Und wenn ihr sehen wollt, welches Pferd Lina mir gekauft hat, dann guckt auf ihren Account vorbei und ja, let's go. So Leute, ich gehe jetzt erstmal in Lina's Stall und gucke erstmal, ob sie Lina am Hut schon. Und ja, so, also Lina ist jetzt stumm geschaltet beim Videoanruf und hier sind ihre Pferde. Sunny, ja gut, kenne ich eigentlich alle, ja gut, ähm, let's go. Ich bin so aufgeregt, ob ihr das Pferd nicht gefällt. Also, es ist einfach, äh, ich habe mich gerade so gestreckt und Lina hat mich voll dumm angeguckt, Junge. Oh mein Gott, sie sind, die dachten sich zum Baller, was macht die? Gut, ähm, die ploppen gleich erst die Menschen ab, aber es ist nicht schlimm. Boah, ich erkenne mich irgendwie langsam. Langsam mal? Ich bin so bei der Meidheit. Ähm, gut. Ja, und zwar reiten wir jetzt auch dahin, dass wir müssen nur hinreiten. Und zwar kaufe ich ihr wahrscheinlich ein Percheron, weil sie hat mir gesagt, dass, oh mein Gott, ich weiß es, ich weiß was. So, wir nehmen das Outfit dann aus dem Schrank. Entweder kaufe ich ihr Percheron, Percheron, oder wie man das auch immer ausspricht. Aber ich glaube mal nicht, weil sie ist nicht so der Typ für große Pferde. Sie hat eigentlich keine große Pferde. Ich habe auch überlegt, mal Vary, aber glaube ich nicht. Ich glaube, ich kaufe ihr einen Trakina. Weil sie ja so braun mag, kaufe ich ihr den dunkelbraun in, ähm, Westkopf Fischerdorf. Weil ich den super cute finde. Und sie mag braun und Pferde. Äh, oder ich kaufe ihnen keine Mara Pony, aber ich glaube nicht, dass sie den das so gerne mag. Ich kaufe ihr... Ach, ich habe hier ein Taschentuch liegen. So, wir müssen zum Ruhlen, Heswelly, steil. Oh mein Gott, ich vermisse sie. Wui! Und zwar habe ich ein Taschentuch, weil ich hier hinter mein Ohrläppchen mir was aufgeschossen habe. Hä? Pansi. Zum Beispiel, es ist nur eine Küchenrolle. Ich habe kein Taschentuch. So, oder ich kaufe ihr Mavari. Oh, äh, wartet. So, ich habe es noch mal wartet, ja. Aber, ach, sorry. Das ist gerade doof. Der amsteigt. Ich glaube, ich kaufe ihr den, ja. Weil der ist super cute. Weil der ist beautiful. Oh ja, den kaufe ich ihr. Und der ist aber nicht so toll. Und Iris, da könnt ihr jetzt auch nicht mal die geilsten, ne? So. Oh, Vanilla ist süß, aber es passt nicht. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal nach einem einzelnen Namen. Baby wäre süß. Machen wir mal, dass hier oben hin das Namenssuchen fällt, ne? Ähm, 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 so. Ah, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Ja, gut. Ähm, Damon, der auslöscht. Disco, Dark, Teufel. Ja, wir sehen uns, glaube ich, wieder, wenn ich, äh, einen Namen habe. Leute, ich habe Lina gerade gefragt, den lustigen Namen. Und ich habe einen richtig guten Namen. Und zwar nämlich, das fährt einfach Game Master. Das ist so geil. Ja. Ähm, ich gehe. G, 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 G. Da muss ich jetzt M runter. Game, 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 Game. Master, 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 Master. Mh, 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 Mh. Mh, P, hier. Mh, Master. 3. Oh, es fokussiert dich, Junge. Fokussiert auch mal. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Bitte fokussiert. Ja, bitte fokussiert. Egal. 3, 2, 1. Ui. Lina, ja, ich habe mich gerade gefragt. Lina, guck mich so doof an. Ihr Handy ist gerade runtergefallen. Weil sie mich nachgemacht hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, es gefällt. Ich hoffe, es. Ich hoffe. Und sie hat mir versprochen, dass sie jetzt jeden Tag auf meinem Accountler wird. Könntest du mal bitte fokussieren, du Kack-Handy? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Lina, ich habe das so. Deswegen mache ich das auch so, weil ich bin jetzt Lina. Ich bin jetzt Lina. Das müsste ich ihm jetzt einfach mal so abkaufen. Game Master. Oh, sehr süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hättet ihr auch einen Trakina? Ja. Und ich mag den Trakina irgendwie voll gerne. Und er hat die andere sagen. Oh mein Gott, das habe ich letztens aus dem Globo-Shop gesehen. Ja, der Rucksack ist aber nicht aufgeräumt. Also wirklich. Ja, ich glaube, ich nehme, passt, steht ihm das gelbe Outfit. Ja, das. Oh mein Gott, hat sie das? Hat sie das? Hat sie das? Hat sie das? Ist ja das blauer. Aber es wäre... Ich ziehe ihn einfach das gelbe an. Basic, weil sie liebt dieses Outfit einfach. Basic schwarzer Sattel. Basic schwarze Tramse. Hohlstiefel. Lina mag sie nicht, aber ich mache das jetzt einfach. Weil ich bin jetzt Lina. Meine Mutter macht krach unten. Es ist zwar kein T-Shirt und Wetter mehr, aber egal. Eigentlich wäre ich jetzt fertig. Yeah. Ich sage es jetzt mal Lina kurz. So, sie ist gleich fertig. Ich locke mir einen richtigen Punkt aus. Ich glaube, ich mache es einfach auf dem Platz. Glaube ich. Oh, es ist voll süß. So, ich habe ihr gesagt, dass wir uns auf dem Platz treffen. Ich mache es mal kurz lecht. Ja, das sieht scheiße aus. Okay. Hallo. Ich nehme euch jetzt mal kurz aus dem Stativ raus. Wie seht ihr es nochmal? Game Master. Woo. Yay. Und ich logge mich jetzt schon mal aus. Und yay. Ich finde, das ist so cute. Ich hoffe, es gefällt ihr. Oder dir, Lina. Sie guckt gerade voll komisch. Ja, ich würde sagen, bis gleich. So, Leute. Ich glaube, ich bin jetzt auf meiner Karte. So, ich filme jetzt einfach schon. Und ich habe jetzt meine Augen zu. Okay, ich gucke mal. So, Leute. Es ist gleich so weit. Okay. Gucken wir auf drei? Drei. Drei. Wir gucken auf drei und nicht auf null. Du Depp. Drei. Zwei. Eins. Oh, mein Gott. Ui. Oh, der Name ist voll süß. Lovely. Du wolltest denn das Ding da? Oh, mein Gott. Ich wollte mir dieses Pferd schon eh immer kaufen. Was heißt immer? Ich f... Warte, ich packe dich nicht. Ich packe... Ich... Nee, du musst nicht. Ja, ja. Ich habe dich immer gehört. Oh, mein Gott. Wie geil ist dieses Pferd. Oh, mein Gott. Oh. Oh, ja. Jetzt habe ich eigentlich wieder einen Friesen. Ui. Oh, mein Gott. Ich liebe dieses Horst. Wollt ihr das so gut? Ja. Oh, mein Gott. Ich finde das so geil. Hi. Hi. Und, wie findest du es? Mega nice. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es das wird. Ich dachte, ich muss ein bisschen Starco entsparen. Okay. Und jetzt haben wir beide Trakina und dann können wir auch mal ein Trakina im Rollplay machen, weil wir haben beide jetzt ein. Ah, die Gangarten. Die sind geil, die Gangarten. Die sie schon hatten. Oh, mein Gott. Ich liebe dieses Pferd. Das ist so süß. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist so geil. Es ist so geil. Hallo? Was hört sich von dem Namen? Lovely. Ich finde, der ist voll süß. Ja, passt auch voll. Also, ich finde ja, diese Friesen, die fand ich zuerst ja richtig hässlich. Dann fand ich sie, als ich eins gekauft hatte, richtig schön. Und ich habe Clement die ganze Zeit, was heißt die ganze Zeit, ich habe ihr voll oft erzählt, dass ich diesen Friesen so schön finde. Aber ich war zu geistig, ihn mir zu kaufen. Ich gehe die Mähne ändern. Ja, meine ich ja, die Mähne ist schlimm. Deshalb habe ich gefragt, ob ich gleich die Mähne ändern würde. Ich dachte, du warst, ich dachte, du bist bei einem anderen Pferd. Ich weiß, ich hatte, ich hatte diesen Friesen nicht mehr im... Ich nehme ich, soll ich wieder meine, die Geflochtenen nehmen? Die Zöpfchen sind halt... Na, irgendwie sehen die Zöpfchen eklig aus. Aber sie sind süß aus, bei dem Trakina. Bei dem Trakina, aber ich nehme wieder die... Ich nehme die langen, geflossene, die... Ich lasse die Mähne, die da ist, die süß. Ja, die finde ich bei den Trakina auch am schönsten. Ich... Ja, jetzt habe ich hier. So, perfekt. Bion. Der Mähne, wo bist du? Baga. Ich finde die ist schöner, die Mähne, die ich habe. Klemente. Zuerst dachte ich, oh mein Gott, ich kaufe den Pärcheron, nee, zuerst dachte ich, ich kaufe den Konnemara Pony, dann dachte ich, hm, weiß ich nicht. Und dann dachte ich, ich kaufe den Pärcheron, ein Pärcheron, aber ich dachte dann mir so, nee, das wird ihr bestimmt nicht gefallen, die steht eh nicht so auf dicke, große Pferde. Und dann dachte ich so, Trakina. Und dann braun, weil du magst braun. Ich dachte, ja, das wollte ich dir einen Fuchs kaufen in meinem Kopf, aber ich habe dir dann doch den braun gekauft. Oh mein Gott, ich bin richtig lang. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen die Gangarten. Ja, von Friesen kennt sich jeder schon. Die Gallop-Piorette ist schon vorbei. Ja, ich glaube, ich mache noch ein paar Szenen mit ihm. Ja, ich glaube, ich mache noch ein paar Szenen mit ihm. Ja, ich glaube, ich mache noch ein paar Szenen mit ihm. Lasst doch gerne ein Like unter dem Abo da müssen. Ich würde mich aber sehr freuen. Schaut bei Lina vorbei. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.